Herzlich Willkommen zum Visenta UNO. Ich hoffe, ihr seid mittlerweile alle gut angekommen. Ich freue mich total, dass so viele Leute da sind. Aus den verschiedenen Dudos in Bonn, es freut mich besonders, dass wir mal wieder hier zusammenkommen. Und natürlich auch aus den anderen Dudos, die mit uns verbunden sind, oder auch nicht verbunden sind, die trotzdem sind. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sitzen können. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben ja gestern Abend schon einen Vortrag hier gehört. Einige von euch waren auch da. Und jetzt werden wir noch einen Vortrag von dir hören. Und heute Nachmittag gibt es dann auch nochmal die Wegenheit, Fragen zu stellen. Ja, einen schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie der Patrick eben gesagt hat, habe ich gestern einen Vortrag gehalten, da ging es um das Thema, Zen ist deine Sache. Einige haben den wahrscheinlich gehört, einige nicht. Unter anderem habe ich davon gesprochen, dass ich mich nächstes Jahr von meinem Amt als Abt des Klosters Anteil zurückziehen werde. Und dass das für mich auch eine Erleichterung bedeutet. Und dass ich auch neugierig bin, was das Leben noch für mich so parat hat. Ich war ein wenig überrascht, dass ich die letzten Monate über oft enttäuschtes Feedback bekommen habe. Wie kannst du denn das Amt aufgeben? Wie kannst du denn das Kloster verlassen? Dann können wir ja gar nicht mehr nach Anteil kommen. Ich hatte mir gedacht, dass ich vielleicht auch mal in drei oder vier Jahren da bei euch vorbeigucke. Aber wenn du nicht mehr da bist, dann hat das ja keinen Sinn. Ja, ich fühlte mich da so ein bisschen erinnert an die Zeit, als ich gerade vor der Entscheidung stand, vor knapp 18 Jahren, ob ich überhaupt Abt werden will oder nicht. Ich lebte damals als Obdachloser in Osaka, das Leben war schön im Park. Eigentlich so schön wie nie im Leben. Und ich hatte mich gerade frisch verliebt. Und da verstarb mein Meister und irgendwann hieß es dann, warum machst du nicht den Job? Und ich wollte mich aber nicht von meiner Freundin trennen, also fragte ich sie, ob sie meine Frau werden würde. Und ja, inzwischen sind wir 17 Jahre mehr oder weniger glücklich miteinander verheiratet. Und da war ich wiederum überrascht, dass viele meiner Dharma-Brüder ganz entsetzt waren und sagten, wie kannst du heiraten? Wir wollten, dass wenigstens du das Zölibat einhältst. Und die waren sämtlich verheiratet. Also es war keiner von denen nicht verheiratet. Die waren verheiratet und sagten, wir wünschten uns, dass wenigstens du unverheiratet warst. Deshalb meine erste Reaktion auf diese enttäuschten Feedbacks ist dann, ja, warum machst du nicht den Job für mich in Anteil? Warum bist du nicht schon vor 10 Jahren gekommen und hast den Laden mit mir 10 Jahre lang gemanagt und dann könntest du den Job für mich übernehmen? Übernehmen. Das wäre eigentlich das Beste. Wenn du das zu deiner Sache machst. Aber leider gibt es viele Leute, die da eher so wie Zuschauer sind. Und ich finde das ganz toll, was der Muko da macht in Japan seit fast 30 Jahren in Antaisi und dann ist er Abt geworden. So ein bisschen wie damals in der Bild-Zeitung. Wir sind Papst. Jetzt sind wir. Wir sind Abt. Wir sind Abt in Japan. Und jetzt sind wir nicht mehr Abt und alle sind in der Deutsch. Also vielleicht nur ganz kurz zum Zölibat. Also ich glaube nicht, dass das für mich eine realistische Option gewesen wäre. Ich habe auch gestern ein bisschen darüber gesprochen, was Familie für mich bedeutet. Also ich weiß nicht, ob das für mich ginge, ganz ohne Romantik und ganz ohne Sex ein Leben lang. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Aber ich habe großen Respekt davor, wenn andere sagen, ich will das mal probieren. Das Leben für den Dharma ist mir so wichtig, dass alles andere dagegen verbleicht. Und ich will meine ganze Energie nur für die Praxis investieren. Da habe ich großen Respekt davor. Ich will mich nicht darüber lustig machen. Aber es ist eine Sache zu sagen, ich mache das. Das ist meine Sache. Ich mache den Zölibat zu meiner Sache. Es ist eine andere Sache zu sagen, ich will, dass ihr das auch macht. Wiederum was anderes, wenn man sagt, ich will, dass du das machst, aber ich mache es nicht. Heute wollte ich ein paar Worte sagen über Bodhi-Geist. Bodhi-Geist wird manchmal übersetzt als der Geist, der nach Erleuchtung strebt. Obwohl Bodhi eigentlich Erleuchtung oder Erwachen bedeutet, insofern wäre der erwachte Geist oder der erleuchtete Geist eigentlich die wörtliche Übersetzung. Und das scheinen ja zwei vollkommen verschiedene Übersetzungen zu sein. Der Geist, der nach Erleuchtung strebt, strebt ja nach Erleuchtung, weil er glaubt, noch nicht erleuchtet zu sein. Während der erleuchtete Geist, der muss nicht mehr nach Erleuchtung streben. Im Grunde hängen diese beiden Aspekte aber miteinander zusammen. Das habe ich auch schon gestern gesagt, dass der Dogen schreibt, mitten im Verirren, mitten in der Irre beginnst du mit der Praxis. Und bevor es dir bewusst wird, hast du bereits die Erleuchtung erlangt. Und zwar in dem Moment, wo man sich seiner Irre bewusst wird. Wo man merkt, ich stecke in der Irre, ich weiß nicht, wo der Weg lang geht. Ich probiere es mal in der Sendpraxis. In dem Moment werden wir bereits von der Erleuchtung von Satori geführt. Oder Satori schiebt uns so ein bisschen den Rücken. Das heißt, der Geist, der glaubt, noch nichts von der Erleuchtung erkannt zu haben, aber sich trotzdem aufmacht, ist nicht getrennt vom erleuchteten Geist. Und selbst wenn wir vielleicht verschiedene Erfahrungen gemacht haben, die uns davon überzeugt haben, dass all das, was wir in den Büchern gelesen haben, was wir von den Lehrern gehört haben, nicht nur schöne Worte sind, sondern dass das tatsächlich stimmt. Und zwar hier in diesem Moment. Wenn man dann aufhört, weiterzusuchen, wenn man aufhört, sich zum Beispiel diese Frage zu stellen, warum mache ich das, ist das wirklich meine Sache, dann ist es vielleicht noch nicht das richtige Satori. Ich glaube, es war Bendowa, wo Dogen ein Koan erzählt von einem Schüler, der lange Zeit bei einem Meister war und dann den Meister wechselt, in ein neues Kloster eintritt, aber da nie Fragen stellt. Er praktiziert mit der Sangha, bereitet keine besonderen Probleme, aber stellt nie eine Frage. Und der Meister fragt den Schüler dann irgendwann, du bist hier jetzt schon einige Zeit, wie kommt es, dass du mir noch nie eine Frage gestellt hast? Und der Schüler sagt, ja, ich habe es bisher verschwiegen, aber um ehrlich zu sein, ich bin erleuchtet. Und das war in dem Kloster, wo ich vorher war, bei meinem alten Meister. Und da fragt der neue Meister, ja, wie ist das denn gekommen? Und der Schüler sagt, ja, meinen alten Meister, den habe ich gefragt, was ist mein wahres Selbst? Und der Meister sagte, das ist so wie, wenn der Gott des Feuers nach dem Feuer sucht. Oder man könnte auch sagen, das ist so wie Feuer, das nach Feuer sucht. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und der neue Meister sagt, ja, das ist ein schöner Satz, aber ich fürchte, dass du ihn nicht verstanden hast. Und der Schüler ist ärgerlich darüber und geht raus aus dem Raum. Und als er gerade rausgehen will, da ruft ihn der Meister zurück und er blickt sich um und der Meister sagt, das Feuer sucht nach Feuer. Worum es dabei geht ist, na, das Feuer steht für unsere wahre Natur. Und da wir diese wahre Natur immer schon leben, in diesem Moment, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, gibt es eigentlich keinen Grund danach zu suchen. Es gibt eigentlich nichts zu suchen. Wenn wir da ein Auto vor dem Fenster vorbeifahren hören, dann hören wir unsere wahre Natur. Unsere wahre Natur hört das Auto. Und das, was wir da hören, ist auch wahre Natur. Wir kommen da gar nicht raus. Insofern ist es schon richtig und so hat der Schüler den Satz ursprünglich interpretiert. Feuer muss eigentlich gar nicht nach Feuer suchen. Wasser muss nicht nach Wasser suchen. Wasser ist schon Wasser. Feuer ist Feuer. Das wahre Selbst war nie etwas anderes als wahres Selbst. Allerdings sollte man sich auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen. Wenn das wahre Selbst nach dem wahren Selbst sucht, genau in dem Moment verwirklicht es sich als wahres Selbst. Das heißt, das Feuer ist Feuer, weil es Feuer sein will und nach Feuer strebt. Wasser wäre nicht Wasser, wenn es nicht auf der Suche nach Wasser wäre. Und so eben auch mit dem erleuchteten Geist. Wenn da einer sagt, ich bin schon erleuchtet, jetzt muss ich keine Fragen mehr stellen, weder an mich selbst noch an andere. Ich habe nichts mehr zu lernen. Da stimmt was nicht mit der Erleuchtung. Während der, dessen Geist ihm sagt, da fehlt doch noch was. Ich habe wahrscheinlich doch noch eine Menge zu lernen. dieser Gedanke, die Stimme, die in dem Moment spricht, da fehlt noch was. Das ist auch die Stimme der Erleuchtung. Insofern, ich persönlich bevorzuge die Übersetzung Erwachtergeist für Bodigeist, aber die Übersetzung der Geist, der nach dem Erwachen sucht, der nach der Erleuchtung sucht, ist auch nicht falsch. Das ist im Grunde derselbe Geist, der sich selbst sucht. Der Geist auf der Suche nach seiner selbst. Und der Dogen spricht in seinen vielen Texten immer wieder vom Bodigeist. Einer davon im Gakudoyo Jinshu, das sind zehn Punkte, auf die man bei der Übung des Weges zu achten hat. Der erste Punkt davon ist das Erwecken von Bodigeist. Also Dogen sagt an allererster Stelle, zuallererst musst du Bodigeist haben. Und er sagt das auch immer wieder, ohne Bodigeist lohnt es sich eigentlich gar nicht, diesen Weg zu gehen. In einem Text, der manchmal in Schobogen so aufgenommen wird, manchmal nicht, der heißt Anleitungen oder Regeln für die Halle der verschlungenen Wolken. Das ist ein Text, den er geschrieben hat, als er noch nicht im Eheji war, sondern noch in Uji, also als er so in den 30ern war. Und die Halle der verschlungenen Wolken ist die Halle, wo meditiert wird. Also eine Halle wie diese, wo Leute zusammenkommen, um zu meditieren. Und da wurde wahrscheinlich auch gegessen und geschlafen in der Halle. Und da mussten natürlich Regeln geschaffen werden. Und die erste Regel ist, nur wer Bodigeist hat, also nur wer wirklich einen erweckten Geist hat und auch nach Erwachen strebt, soll dieser Halle betreten. Und wenn die Verantwortlichen für die Halle feststellen, dass da sich einer reingeschummelt hat, der keinen Bodigeist hat, dann soll er entfernt werden aus der Halle. Was ziemlich streng ist, denn wer von sich kann wirklich behaupten, dass er Bodigeist hat? Ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren, als ich noch Student war in Berlin, habe ich angefangen, ebenfalls in meinem Dojo, das in der Linie des Meisters Deshimaru steht. Ich hatte bis dahin als Abiturient auch meditiert, aber in der Regel eine halbe Stunde maximal. Und plötzlich saßen wir da 40, 45 Minuten. Und beim ersten Mal im Dojo hatte ich einen Kreislaufkollaps und fiel um, während des ersten Sazen. Und der Leiter an der Glocke, der musste mich dann nur raustragen, legte mich dann in den Geitern. Und während King hinkam, er sagte, wenn du willst, kannst du jetzt gehen. Aber ich habe mich dann noch die zweite Runde hingesetzt. Und dann ging es überraschend besser beim zweiten Mal. Und die nächsten Wochen, Monate kam ich mehrmals die Woche. Und es ging dann immer besser. Irgendwann konnte ich im halben Lotus sitzen, dann sogar im vollen Lotus. Irgendwann durfte ich sogar Pfeiler sitzen. Das sind die Typen hier links und rechts, die mit dem Gesicht in den Raum sitzen. Da war ich ganz stolz. Jetzt bin ich Pfeiler, Pfeiler. Dann wurden Freiwillige gesucht, die die Gemmai machen, die Reissuppe am Morgen. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Dann kaufte ich mir meinen ersten schwarzen Kimono. Da war ich auch stolz drauf. Irgendwann wurde ich gefragt, willst du nicht mal langsam dein Raksun nähen und Bodhisattva-Ordination machen? Hätte ich auch gern gemacht. Aber nähen, das klang nach einer Menge Arbeit. Ich wollte lieber meditieren. Und naja, also die ersten Monate, Jahre, ein, zwei Jahre, ging es eigentlich ganz gut. Und ich kam immer weiter, immer weiter. Und es fühlte sich gut an. Es fühlte sich so an, als machte ich Fortschritte. Aber irgendwann war ich mir nicht so sicher. Am Anfang konnte ich genau den Unterschied spüren von dem Sassen, das ich da machte und dem normalen Leben und auch dem Sassen vor einem halben Jahr. Da war es noch nicht so gut. Und ein halbes Jahr später war es besser. Und es war auch ganz anders als der Rest des Tages. Die restlichen Stunden des Tages fühlten sich ganz anders an als Sassen. Und irgendwann spürte ich den Unterschied nicht mehr so. Sassen zwar war immer noch gut, aber es war nicht mehr so besonders. Und da war auch kein Fortschritt bemerkbar zum halben Jahr vorher. Also fragte ich den Dojo-Leiter irgendwann, was mache ich falsch? Ich komme fast jedes Mal hier ins Dojo. Ich habe jetzt auf Pfeiler gesessen und die Gemmei gekocht. Und im vollen Lotus kann ich auch schon sitzen. Wird auch nicht mehr so oft korrigiert, wenn der Kyosaku rumgeht. Und der Dojo-Leiter sagte mir, was dir fehlt, ist Bodhi-Geist. Dir fehlt der Bodhi-Geist. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Darüber denke ich auch jetzt noch manchmal nach. Was dir fehlt, ist der Bodhi-Geist. Also ich glaube, er hatte recht damit. Obwohl er mich erklärt hat in dem Moment, was Bodhi-Geist bedeutet. Der Dogen sagt im ersten Punkt von Gakudo-Yojinsu, also die zehn Punkte, die bei der Übung des Weges zu beachten sind. Bodhi-Geist, es gibt viele Definitionen, aber Nagarjuna, der berühmte indische Buddhist, der vor 2000 Jahren gelebt hat, sagte, Bodhi-Geist ist der Geist, der die Vergänglichkeit sieht. Der sieht, dass nichts Bestand hat. Und ich glaube, als Dogen das gesagt hat, also vor 800 Jahren in Japan, ich könnte mir vorstellen, dass viele der Zuhörer sich gedacht haben, das weiß doch jeder. Damals befand sich Japan im Krieg, nicht mit dem Ausland, sondern Japan selbst, Bürgerkrieg, sozusagen. Also der eine Clan kämpfte gegen den anderen Clan, ein Shogun gegen den anderen. Und in Kyoto, der Hauptstadt, heißt es, waren die Ufer der Flüsse mit Leichen bedeckt. Also überall lagen Leichen rum. Es gab weder Kinder noch Alte, die nicht wussten, dass das Leben vergänglich ist. Das war offensichtlich. Nichts hat Bestand. Trotzdem sagt Dogen, die wenigsten haben das wirklich verstanden. Und da gibt es Buddhisten, die sagen, Bodhi-Geist bedeutet Anuttara Samyaku Sam Bodhi. Das ist Sanskrit für das, was wir auch im Hanya-Shingyo immer lesen. Toku Anukutala Samyaku Sam Bodhi. Das bedeutet, die wahre, unübertreffbare Erleuchtung zu erlangen. Und das ist eigentlich richtig. Also Bodhi-Geist ist kurz für Anukutala Samyaku Sam Bodhi. Also das ist kein Fehler, aber Dogen sagt, die Leute, die behaupten, Bodhi-Geist bedeutet Anukutala Samyaku Sam Bodhi. Die haben ihn nicht verstanden. Andere sagen, Bodhi-Geist bedeutet diesen einen Moment der Aufmerksamkeit, in dem sich 3000 Dharma-Tore verwirklichen. Das klingt auch nicht schlecht, würde ich sagen. Aber Dogen sagt, das ist eine wertlose Wortspielerei. Ein anderer sagt, Bodhi-Geist bedeutet, in das Buddha-Meer einzutauchen. Klingt auch gut, würde ich sagen. Aber Dogen will damit nichts zu tun haben. Er begnügt sich mit der sehr einfachen Definition, Bodhi-Geist bedeutet, die Vergänglichkeit wirklich zu sehen. Der Punkt ist, dass man nicht nur sieht, oh, jetzt ist bald der Ende des Sommers, dann kommt wieder der Herbst und dann kommt der Winter. Und ja, die Freunde, die ich früher hatte, habe ich inzwischen aus den Augen verloren. Sondern es bedeutet zu erkennen, dass ich vergänglich bin. Und das heißt nicht nur, dass ich vielleicht in 20 oder 30 Jahren nicht mehr hier bin, sondern dass selbst dieser eine Tag, dass ich den nur jetzt hier habe und morgen bin ich nicht mehr da. Der, der jetzt hier spricht, schon in einer Stunde, wenn wir die nächste Sazen-Sitzung haben, ist der nicht mehr da. Ich spreche zwar vor Muho und im Pass von Muho steht, dass der am 1. März 1968 geboren ist und mit dem identifiziere ich mich. Wenn man mich fragt, wer bist du, sage ich, ich bin der Muho. Den Muho gibt es auch morgen noch und hoffentlich in 10, 20, 30 Jahren. Aber mich gibt es eigentlich nur jetzt. Und wenn man das wirklich verstanden hat, dann gibt es nichts, an dem man festhalten könnte oder müsste. Normalerweise identifizieren wir uns mit dem Muho oder mit dem Patrick oder mit der Johanna und so. Je nachdem, welche Figur wir da spielen auf dem Spielbrett. Aber letztlich geht es nicht um diese Figur. Wir sind nicht diese Figur. Und wenn man das wirklich verstanden hat, dann ist man befreit von diesem Spiel, von Gewinnen und Verlieren und Punktesammeln. Das ist der erste Schritt von Bodigeist oder das ist Bodigeist, sagt Dogen. Und in einem Text, in dem es darum geht, welche Geisteshandlung der Koch haben soll. Tenso Kyoko. Da sagt er ebenfalls über den Koch. Die erste Bedingung für den Koch ist, dass er Bodigeist hat. Wenn er keinen Bodigeist hat, dann wird er eine Menge Mühe haben bei der Arbeit und keinen Erfolg. Also, wenn wir uns manchmal so fühlen, dass wir bei der Arbeit uns eine Menge Mühe geben, aber das wird nicht zur Kenntnis genommen, wir haben keinen Erfolg damit, vielleicht liegt es auch am Mangel von Bodigeist. Und er spricht dann von drei Herzen, die eigentlich alle Ausdruck von Bodigeist sind. Das erste Herz ist das freudige Herz. Dogen sagt, interessanterweise, wir sollten uns freuen, nicht im Himmel geboren zu sein. Im Buddhismus gibt es bekanntlicherweise die Lehre von der Wiedergeburt in sechs verschiedenen Seinsbereichen. Manche glauben da wörtlich dran, manche nehmen das als eine Metapher, wie dem auch sei. Der unterste, der unangenehmste Seinsbereich ist die Hölle, die im Buddhismus, anders als im Christentum, nicht ewig währt. also die buddhistische Hölle ist mehr sowas wie das Fegefeuer im Katholizismus. Da kommt man hin, wenn man schlechtes Karma angesammelt hat und muss da unter Umständen Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Jahren schmoren. Oder man landet auf einem Berg mit Nadeln oder man landet wörtlich in der Scheiße und steckt da Jahrtausende. Aber es hat irgendwann mal ein Ende. Aber natürlich will da keiner hin. Klar. Gott sei Dank bin ich nicht in der Hölle. Da kann man sich freuen. Das zweite Reich, der zweite Seinsbereich ist der Bereich der hungrigen Geister. Die wollen immer noch mehr. Allerdings, man kann denen die köstlichsten Speisen vorsetzen. Der Rachen von denen ist so eng, dass diese Speisen nicht durchpassen wollen. Gaki heißen die auf Japanisch. Die Gaki sind immer hungrig, wollen immer noch mehr und nichts kann sie zufriedenstellen. Der dritte Bereich von unten, das sind die Tiere. Die fressen, wenn sie hungrig sind, dann paaren sie sich und dann legen sie sich schlafen. Und wenn sie aufwachen, dann suchen sie nach was Neuem zu fressen. Die sind Sklaven ihrer Triebe. Und der vierte Bereich von unten sind die wütenden Dämonen, die sich immer ärgern über die anderen und über sich selbst. Da ist nichts von Nächstenliebe und auch nichts von Selbstliebe zu finden. Ständig dieser Hass, der einen umtreibt. und letztlich sind diese ersten vier Bereiche, glaube ich, ein Bild für unser Leben, wie wir es gewöhnlich leben. Manchmal beklagen wir uns über die Hölle des Lebens. Wir haben immer irgendwelche Wünsche, die der Weihnachtsmann noch nicht erfüllt hat. Die Wunschliste ist lang. Als Kinder haben wir die Briefe an den Weihnachtsmann geschickt. Heute haben wir unsere Wunschliste bei Amazon. und selbst wenn wir uns da was bestellen oder jemand bestellt was für uns, wenn es ankommt und wir haben die Kiste aufgemacht, merken wir schon, das war es wieder nicht. Ich will eigentlich was anderes. So ist es manchmal auch bei den Beziehungen. Endlich eine Freundin gefunden. Zwei, drei Wochen später merkt man, es war doch nicht die Richtige. Das Auto war nicht das Richtige. Das Haus, das man sich endlich gebaut hat, hat einen auch nicht endlich gemacht. Wir sind alle hungrige Geister. Drei Jahre so sind, fünf Jahre so sind, zehn Jahre so sind, immer noch keine Erleuchtung. Wann kommt endlich die Erleuchtung? Und selbst wenn sie schon da sind, sie passt nicht durch unseren schmalen Lachen. Wir leben das wahre Selbst schon, aber es ist immer noch nicht genug. Und den wütenden Dämonen, den kennt auch jeder aus dem Dojo, den Nachbarn, der immer meckert. Und hier sitzt auch einer. Man selbst macht das auch. Und als Menschen haben wir das Privileg, dass wir manchmal auch wieder zu uns kommen, zu unseren Sinnen kommen, nüchtern werden und ja eben diese Erkenntnis haben, hier, vielleicht sitzt das Problem ja hier. Vielleicht sollte ich mal versuchen, hier was zu ändern. klar, der Lehrer ist nicht perfekt, die Eltern waren nicht perfekt, der Ehepartner ist nicht perfekt, die Kinder sind auch nicht perfekt, aber wenn ich was ändern will, dann sollte ich mal hier beginnen. Und Zen-Praxis ist ein Weg, sich dessen bewusst zu machen, bewusst zu werden. Das können wir, weil wir Menschen sind. und der letzte Seinsbereich, der Himmel ist ebenfalls, so wie die Hölle, nicht ewig im Buddhismus, aber wird ebenfalls lange, hunderte Jahre, tausende von Jahren. Da fliegt einem alles zu, so wie im Schlaraffenland. Da gibt es immer Freibier und man kann so viel trinken, wie man will, am nächsten Tag wird man keinen Kater haben. Kein Leiden, keine Schmerzen, kein Säschchen, keine Dojos, kein Shobo-Genso. Jeden Tag räkelt man sich auf der Couch und Dogen sagt, sei froh, dass du nicht da gelandet bist. Warum? Eben deshalb, weil es da das Shobo-Genso vom Dogen nicht zu kaufen gibt. Soll heißen, im Himmelreich guckt man nie in den Spiegel. Man fragt sich nie, woher kommt das Leiden, denn da gibt es ja kein Leiden. Deshalb gibt es auch keinen Weg zur Praxis. Und wenn das gute Karma nach tausenden von Jahren aufgebraucht ist, weiß man nicht, wo man als nächstes hinkommt. Wenn die große, lange Party vorbei ist, kommt dann doch wahrscheinlich irgendwann mal der große Kater. Deshalb Dogen sagt, als Koch solltest dich erst mal freuen, in der Küche zu stehen. Heute gibt es leider hier keinen Koch. Ist auch nicht so einfach in der Situation wie hier für 60 Leute zu kochen. Wir haben auch, glaube ich, keine Küche hier. Ich weiß nicht, wie es in anderen Dojos ist, aber in Anteisi Koch war nie mein Lieblingsjob. Ich habe auch gestern schon darüber gesprochen, über die ganzen Fehler, die ich da so gemacht habe als Koch und die Kritik, die ich dafür einstecken musste. Immer, wenn ich dran war mit Kochdienst, habe ich mich ja geärgert darüber. Zum Beispiel im Winter, wenn es kalt ist, da kommt in Anteisi den Holzofen in die Meditationshalle und das ist einigermaßen warm. Es gibt aber nur in der Meditationshalle den Holzofen. Die Küche ist kalt. und morgens um vier muss der Koch da alleine erstmal Feuer machen im Herd und bis sechs bis zum Frühstück den Reis kochen, die Suppe machen, zwei Nebengerichte mit dem spärlichen Gemüse zubereiten. Während die anderen dachte ich mir zumindest da wahrscheinlich ein Nickerchen halten in der warmen Sennhalle bis um sechs. Und um sechs wird gegessen. Bei uns gibt es ja auch gleich Mittagessen, das Essen wir schweigend und hinterher wird dann noch aufgeräumt in der Regel auch schweigend und dann geht es weiter mit der Praxis. Keiner bedankt sich beim Koch für die zwei Stunden Mühe in der Kälte. Keiner sagt das hat ja heute lecker geschmeckt. Hier haben wir heute keinen Koch aber wir haben den Service der eine Stunde vorher schon aufstehen muss opfern muss oder ist das so? Nein. Einster Sinn. Also der Service opfert einen Teil seiner Praxis gut Service ist auch Praxis aber wenn man dann das tatsächlich bedient und die essen das und man muss hinterher essen wenn die anderen eine Pause haben keiner sagt danke danke für den Service dann fragt man sich auch als Service manchmal warum mache ich das eigentlich wenn sich da wenigstens einer bedanken würde wenn das wenigstens zur Kenntnis genommen würde dass man das für die anderen macht dann wird es sehr viel leichter aber das wird manchmal gar nicht zur Kenntnis genommen oder wenn man Feedback bekommt dann heißt es ja du hast das falsch gemacht und hast dich da verbeugen müssen und du hast zu viel serviert du hast zu wenig serviert und du hast den vergessen und so weiter und so weiter Kritik da da mangels nie aber keiner sagt ja danke dass du das heute mal gemacht hast deshalb freudiger Geist sich darüber zu freuen dass man hier heute den Job machen darf den man aufgetragen bekommt nicht so einfach nicht so einfach der zweite Geist oder das zweite Herz von dem Dogen spricht ist der das alte Herz und Dogen sagt das ist ein Wort für Elternherz wenn die Eltern oder die Großeltern sich um einen Säugling kümmern dem die Flasche geben dann warten sie auch nicht darauf dass der Danke sagt hinterher und denen hilft die Flasche sauber zu machen und der hilft auch nicht beim Windeln wechseln trotzdem die Eltern sind dann froh wenn sie sehen das Baby ist satt und ist eingeschlagen wenn man die Einstellung hat dann ist es sehr viel einfacher allerdings man weiß ja da sind keine Babys hier um euch herum da sind auch Erwachsene warum muss ich da die Mami oder den Papi spielen gestern habe ich auch viel über die Unzufriedenheit gesprochen wenn man ein Kloster leiten muss dann erinnere ich mich auch manchmal an diesen Elterngeist an das alte Herz das dritte Herz ist das große Herz und die Erklärung davon und Dogen ist das ist ein Herz so hoch wie ein Berg so weit wie das Meer und das was er da sagt hat meinem letzten Buch den Titel gegeben das Meer weist keinen Fluss zurück deshalb wird es zum Meer das Meer sucht sich die Flüsse nicht aus da gibt es kleine Flüsse große Flüsse verschmutzte Flüsse saubere Flüsse und das Meer hat keine Präferenzen oder wenn es Präferenzen hat dann lässt es die los und nimmt das alles in sich auf und das sind wiederum Beispiele für Bodhi Geist gegen Ende seines Lebens hat Dogen nochmal von Neuem angefangen das Shobo Genso zu schreiben also es gibt das sogenannte 75 Kapitel Shobo Genso das hat er am Anfang geschrieben dann gibt es das sogenannte 12 Kapitel Shobo Genso das hat er am Ende seines Lebens geschrieben und dann gibt es noch einige Kapitel die in beiden Versionen nicht enthalten sind die aber trotzdem irgendwie zum Shobo Genso dazugehören Es wird viel darüber diskutiert wie sich das frühe 75 Kapitel Shobo Genso von dem späteren 12 Kapitel Shobo Genso unterscheidet und welches nun das wahre Shobo Genso ist viele vielleicht inklusive meiner selbst können mehr mit dem frühen 75 Kapitel Shobo Genso anfangen dass der junge Dogen geschrieben hat denn das ist originell da spricht er mit seiner eigenen Sprache es ist sehr poetisch und konsequent nicht dualistisch der späte Dogen zitiert viel aus den Zutren ist auch manchmal etwas engstirnig wenn es um den Dharma geht und manchmal klingt das auch sehr dualistisch was er sagt zum Beispiel in diesem Kapitel das den Titel trägt Hotsubodai Hotsubodai bedeutet den Bodigeist erwecken da sagt er Bodigeist bedeutet Dogen alle anderen zu retten bevor man selbst gerettet wird was ja ein schöner Wunsch ist aber irgendwie dualistisch denn da sind ja die anderen und ich ich soll zuerst den anderen helfen bevor mir selbst geholfen wird der frühe Dogen hätte vielleicht gesagt da gibt es gar keinen Unterschied in dem Moment wo du Sazen übst wirst du und werden alle anderen Wesen gleichzeitig gerettet der Augenblick von Sazen erlöst alle leidenden Wesen das Problem dabei ist natürlich dass wenn wir hier Sazen machen weiß davon keiner was auf der Straße die Betrunkenen auf der Straße die merken nichts davon manchmal kann man vielleicht auch ein bisschen dualistisch sein ich bekam vor einer Woche die Frage gestellt es wird so viel von Dankbarkeit gesprochen aber ist es eigentlich gut dankbar zu sein wenn ich mich bei jemand bedanke dann ist das ja ein bisschen so als wäre ich dem die Dankbarkeit schuldig und das ist doch so dualistisch stimmt auch irgendwie die linke Hand die bedanke ist dich ja auch nicht immer bei der rechten Hand wenn die rechte Hand was für die linke tut wenn wir alle eins sind dann müssen wir uns ja gar nicht bedanken wir müssen uns nicht entschuldigen allerdings anders als die linke Hand und die rechte Hand die mein Bewusstsein teilen leben wir auch gleichzeitig alle in unserer eigenen Welt und oft hilft es eine ganze Menge wenn man sich bei jemandem bedankt oder entschuldigt und ein bisschen Dualismus kann auch gut tun insofern mir persönlich ist auch dieses Kapitel das eins der letzten von Drogen ist sehr wichtig wo er sagt du sollst wünschen alle anderen zu erlösen bevor du selbst erlöst wirst gestern sprachen wir über die Selbstliebe die eigentlich eine Voraussetzung ist um andere zu lieben andererseits kann man auch manchmal zu weit gehen und zu sagen gut jetzt lebe ich mich erst mal selber jetzt kümmere ich mich erst mal um mich selbst und um die anderen kann ich mich dann hinterher noch kümmern echte Selbstliebe die kann man nicht machen genauso wie man Nächstenliebe nicht machen kann die fällt einem zu und oft gerade in dem Moment wo man sich vergisst wo man ernsthaft wo dieser Wunsch anderen zu helfen obwohl ich spüre dass ich auch Hilfe brauche und trotzdem will ich helfen wenn dieser Wunsch wirklich authentisch in einem keimt dann merkt man mir ist ja schon geholfen da fehlt ja gar nichts mehr da fehlt ja gar nichts mehr und das ist der Moment in dem man dieses Leben annimmt und sich selbst liebt und gleichzeitig gar nicht anders kann als das auch an andere weitergeben zu wollen ja leider ist die Zeit jetzt schon abgelaufen aber es gibt ja auch noch Zeit für Fragen später also wenn ich es recht verstehe halte ich jetzt erstmal den Mund und wir machen vielen Dank für die Aufmerksamkeit